einen wunderschönen und herzlich willkommen zum krieg gegen le jene italiener ok mein italienisch reicht nicht aus um das zu erklären ich schaue euch nachher wie es aussieht jetzt gehen wir direkt erstmal rein und grüne tanks mal wieder wie zahnführer ok da ist die reihe schwächer ja eindeutig so keine halben sachen stärkste teams zuerst zack 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 so und ein bisschen mehr rot wäre schön gewesen chance auf grünen diamant jawohl geht gut los scheiß auf tellurier ehrlich gesagt kurz überlegen das wird ein roter diamant den wollen wir nicht mehr an start sehen der soll unsere grünen mal bitte in ruhe lassen so jetzt machen wir erstmal den so jetzt drücken wir hier drauf sehr schön und machen die reicht das ja mit dem grünen diamanten sollte das reichen so zack zack ja mit dem grünen diamanten reicht das sehr schön ja vor tellurier brauchen wir echt keine angst mehr haben kann die lin und frick sind so die hass grünen tanks so na komm spiel mal sauber mit ghost und dann kriegt sie noch einen rein das war schiakalo schiakalo so dann haben wir hier noch so ein team zack 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 los geht's so weiterhin noch der aufruf von mir so parallel so ein bisschen ähm geht immer noch um verbesserungsvorschläge wer verbesserungsvorschläge hat kann die gern noch unter das video posten vielleicht kommen sie noch mit rein in das video nummer zwei wo ich von der community auswerte und unsere abstimmungsliste präsentiere das wird Mitte der woche sein ähm ja schreibt einfach drunter vielleicht kommt es noch rein vielleicht nicht ich muss mal schauen wann ich das video mache aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier weiter grün haben wir nicht viel lila ist auch nicht viel ok sehr schön perfekt bitte nicht laden das war sehr gut jetzt spiel mal den dann haben wir die grünen soweit wie wir so wollen und wir machen die linke seite platt weil die ist nerviger zack zack ich hab zwei lila nur unter der tello reicht das ich geh mal davon aus das nicht aber wir haben nochmal lila und wir haben ja jemanden der die heilung so ein bisschen wegnimmt genau sehr schön das war auch ok damit können wir arbeiten ich mach mir hier bewusst das lila match kaputt weil ich die beiden grünen geladen haben will so wie lang ist denn der dev ab noch da zwei runden die kriegen ihr kein mana jetzt kriegen sie mana das versaut das grüne match nicht so zack zack schade aber ich hab ja die so jetzt kann er wieder mit seinem dev ab kommen ist mir egal wir haben ja genug ghost möglichkeiten so so superio das reicht schon umgangen sehr schön so der nächste ist wieder ist wieder eine heilige dabei zack 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 der darf in der mitte platz nehmen zack 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 jo schnelle nummer wie ihr seht heute es flutscht ich hätte aber nichts sagen sollen wahrscheinlich es flutscht nicht mehr ähm wie kommen wir an unser lila wie kommen wir an unser unser lila zack 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 komm doch mal lila noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr ich habe ein lila match das reicht aber nicht aus dem grund weil wir jetzt den mana debuff haben wie lange können wir das weg tanken ich denke die zwei runden können wir das weg tanken hoffe ich doch raphaele so zack zack jetzt spielen wir mal in sie rein nicht dass die tellung noch mal auslöst mit ihrem minion und jetzt attack ab verdammt okay wir haben noch lila drunter sollte weichen okay blau noch mal blau brauchen wir uns mal was und noch mal blau so zack reicht es war ja klar bitte nicht den raphaele danke vielen dank so zack jetzt drücken wir hier mal drauf das hat gereicht jetzt haben wir da geladen das sollte dann auch reichen vielleicht löst du noch mal aus da war der dritte streich siegfried interessanter name für ein italiener so atomos haben wir noch was was gegnerische buffs entfernt irgendwo rumhungern ja das team mhm mhm so so gelb und lila holen wir den oh ja schön oh mein gott ist das so ist das it's a beauty ist okay vom ziel und benachbarten gegnern wird entfernt oder ja da kann man ja den machen so zack machen wir mal den da lassen wir uns mal kurz zeit ach na komm weg ist weg die nervt mehr als der gute in der ecke da und der stirbt vielleicht sogar den gelben so wegen mir heil du machst alleine nix mehr so noch mal den so und mit der tag abgehen wir so oder so stirbt er domitia äh nicht domitia doch domitia schön so jetzt wird es interessant ist von denen irgendjemand richtig schlecht jetzt trauen wir uns da mit blau drauf zu gehen mariana nummer zwei ist noch nicht so weit sonst würde ich die hier einfach reinschieben aber ich hab ne idee die minien sind mir in dem moment relativ egal ok wir machen erstmal das 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 646 was hält sie denn aus naja sie hält nix aus hm ich hab die rote maler truppe noch nicht hoch genug hm also gromek nehm ich nicht mit vielleicht nehm ich noch einen grünen mit oder ja nochmal den schaden erhöhen so jo los geht's hftz hm ich meine ich hab ja nicht viele optionen kommt ihr rot hinterher oh mein gott ist das schön so wonderful wo erstmal den oh nein nicht oh mein gott natürlich kommt die combo ach verdammt das ist ok auch trifft sogar nur zwei so daneben ach die treffen alle warum haben die alle getroffen ach mein gott was ist das heute mit den boards das ist ja das ist ja cheating das ist ja massives cheating was hier heute passiert ja ich glaube ich muss jetzt eine pause machen und nach dem backup fragen bis gleich ich so gegner ist das ordentliches team und ich überlege ob ich lila mitnehme das ist ja 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 rot ist leider noch nicht so weit und ich könnte auch monorot spielen aber ne sonst passen wir nicht an wenn wir noch mal schauen sind hier minions ja haben wir zwei roter noch die wir benutzen können ist hier noch ein stummfang irgendwo Den zweiten Stumpern haben wir schon mitgenommen. Ja, das hat eine Chance, so Alex, gelbe Spot bitte. Das ist nicht so gelb wie erhofft, aber wir haben ein bissel blau. Mal erst mal den. So, da. So, zack. Dann mal nochmal blau bekommen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt, okay, die Kaskade ist okay und die ist sehr okay. Okay, jetzt bitte nicht, lasst ihn leben. Lass den Gulenbusti leben. Verdammt. So. Ah, jetzt lösen sie aus, bevor ich Luxium machen kann. Gucken, wer stirbt. Mhm. So. 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 Seite, blöder Sack. Frecke. Nein, der Minion macht 4? Ach, verdammt. Okay. Schade. Trotzdem ein guter Krieg von mir offensiv. Dann gehen wir fix durch die Defensive und dann schauen wir uns an, wer noch wie viele Angriffe hat. Endergebnis seht ihr natürlich in der Beschreibung. Okay, das war ein One-Shot. One-Shot. Two-Shot. Ich glaube, das war es, oder? Ja. 101,98. Oh mein Gott, die haben nur 3 Angriffe mehr und wir sind 600 vorne. Das sieht recht eindeutig aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.